Jürgen Köln kommt mit der Startsumme 121, Michalina Ewa. So, meine Damen und Herren, leider von vollen Wiese. Eine vierte Drehung nach rechts. Bravo Jürgen! Eine vierte Drehung nach rechts, bitte. Weg Geber! Ja, komm Komm! Ja, komm, komm! Da geht's mehr, da können wir nach rechts. Und dann mouths erstmal los. Jawohl. Ja, komm, komm, komm. Jawohl. Ja, komm, komm, komm! Jawohl! So, fangen wir an, doppelgängig zum Vorderbieter. Vielen Dank, mach's gut. Super, sehr gut. Danke schön. Streicher es bitte. Streicher es bitte. Streicher es bitte. Streicher es. Ja, zwei, zwei, drei. Bravo, bravo, bravo. Super. Bravo, bravo. Gästchen Sie, Jörg! Super. Ich darf noch die Punkt. Ja, und du hast ja alles voll. Super! Dankeschön! Frau Hochhoff und meine, bitte! Yes! Wuhuuu! 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 Danke kurz! Danke kurz! Danke kurz! Danke schön! Danke kurz! Danke kurz! Danke kurz! Danke altered Paul kalian! Dankeץcap仁買! Danke! Danke! 1, 2, 1, 2, 1, 1 Ich bin der Schnellbewegung, ich bin der Schnellbewegung. Das war's für heute. Danke! 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 Jürgen Fels und der Sieger der Superbody-Klasse der WMX, der Winnertag gegen Oskar Rund 2017, Michael Ewa. Danke! Danke!